Mein Name ist Marlene Rohrweg, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Thernberg und habe Marketing und Electronic Business studiert. Ich habe mich für ein Studium in Steyr entschieden, weil mich der Studiengang Marketing und Electronic Business sofort angesprochen hat und ich unbedingt später in diesem Bereich auch tätig werden wollte. Und auch wegen der Stadt Steyr, weil ich mich hier sehr zuhause fühle. An dem Studium begeistert mich, dass nicht nur das theoretische Wissen vermittelt wird, sondern dieses auch in der Praxis angewendet wird in zahlreichen Projekten und anderen Lehrveranstaltungen. Ich arbeite jetzt bei BMD Systemhaus in Steyr im Online-Marketing und Produktmanagement. Interessant, modern und lehrreich. Qualifizierte Vortragende, gegenseitige Unterstützung, die Möglichkeit Fragen zu stellen und gute Organisation. Mit dem Zug durch Europa. Vielleicht die Kaffeemaschine. Kolleginnen und Kollegen, von denen ich sehr viel lernen kann und mit denen ich mich super gut verstehe. Und das darf ich glücklicherweise derzeit auch. Das Besondere an meiner Arbeit ist, dass ich mich nicht auf externe Personen als Influencer fokussiert habe, sondern auf die Mitarbeitenden eines Unternehmens, dass diese als Influencer eingesetzt werden. Der Moment der Verzweiflung war bei mir sehr früh, als ich mit der Bachelorarbeit begonnen habe, als ich das Thema konkretisiert habe und das Konzept ausgearbeitet habe. Da es sehr lange gedauert hat, bis ich damit wirklich zufrieden war. Aber das ist relativ gut, das ist schon.